Horoskop für heute, Skorpion, 4. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Neumund heute deutet auf eine neue Herangehensweise an eine Freundschaft oder ein Projekt hin. Neuanfänge in der kommenden Woche beziehen sich auf Freunde, Networking, Gemeinschaft, Anliegen und Glücksziele. Es ist Zeit für einen Neuanfang oder einen neuen Ansatz. Glücklicherweise freuen Sie sich auf neue und aufregende Projekte oder andere Glücksziele und das ist sehr motivierend. Sie lernen, Ihren Träumen und Wünschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und es ist ein guter Zeitpunkt, um Ihre Verbindung zu anderen oder Ihrer Gemeinschaft und damit Ihre Lebensqualität zu verbessern. Sie sollten sich jedoch Zeit für Ihre Neuanfänge lassen. Versuchen Sie, Ihr Tempo zu bestimmen. Wenn Sie mit bestimmten Verbindungen unzufrieden waren oder feststellen, dass es Ihnen in Ihrem Sozialleben an etwas fehlt, sind die kommenden Wochen die Zeit, die Verantwortung zu übernehmen und Änderungen vorzunehmen. Wenn Sie sich später heute erschöpft oder besonders empfindlich gegenüber Ungleichgewichten fühlen, sollten Sie sich selbst sowohl körperlich als auch emotional mit Freundlichkeit und Sanftheit behandeln. Bei einem Maßnäpfung Quadrat müssen Sie möglicherweise eine vorübergehende Phase entmutigter Gefühle überwinden. Versuchen Sie, die Bereiche zu erkunden, in denen Sie möglicherweise mehr Disziplin benötigen. Ein äußerst wichtiger Wendepunkt in Ihrem Jahr ist gekommen. Tatsächlich müssen Sie auf alle Veränderungen achten, die in dieser ganzen Woche in Ihrer wichtigen Partnerschaft stattfinden. Dies liegt daran, dass der Planet des großen Erweckers, Uranus, am Himmel einfrieren wird wie eine Tänzerin in einer Spieluhr, die Anschwung verloren hat. Das Universum wird das Rad drehen und die Tänzerin rückwärts drehen und während dies geschieht, werden Sie feststellen, dass sich Ihre Beziehung langsamer entwickelt. Sie könnten entscheiden, dass Sie beide jetzt und in den kommenden Monaten zu alten Plänen, Projekten und Diskussionen zurückkehren müssen. Setzen Sie sich das Ziel, in Ihrem Arbeitsumfeld Qualität vor Quantität zu setzen. Rufen Sie heute während des Neumonds in der Jungfrau Fachleute an, mit denen Sie zusammenarbeiten sollen. Der Neumond beginnt einen sozial ausgerichteten Zyklus, der sechs Monate dauern wird. Während dieser Zeit können Sie einen bemerkenswerten Unterschied in Ihrem Arbeitsumfeld feststellen. Sie könnten bestimmten Kollegen näherkommen, während Sie sich von anderen entfernen. Auch Ihre sozialen Medien könnten sich ändern, insbesondere wenn Sie mehr Follower und Engagement haben. Erwarten Sie einen bemerkenswerten Unterschied in Ihrem sozialen Umfeld. Zu wissen, dass Sie etwas tun, das Sie selbst gewählt haben, macht einen großen Unterschied in Ihrem Leben. Wenn Sie beim Yoga Spaß haben oder nach einem guten, schweißträubenden Lauf duschen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Gefühle der Zufriedenheit und Zielstrebigkeit aus Ihrem Herzen in jede Zelle Ihres Körpers strömen zu lassen. Diese bewusste Wertschätzung Ihrer eigenen lebenswichtigen Leistungen hat eine heilende Wirkung. Lassen Sie dann die Ruhe so tief in Ihre Zellen eindringen, wie Sie die Übung in sich aufnehmen. Die Schwingungen des heutigen Tages werden Sie zu einem Neuanfang drängen. Heute sollten Sie die ersten Vorzeichen spüren. Sie verspüren das Bedürfnis, sich im wahrsten Sinne des Wortes zu bewegen, hin zu neuen Ideen und Kontakten. In Ihrem beruflichen Umfeld könnten Sie sehr gute Neuigkeiten für die Zukunft haben. Die Dinge ändern sich für Sie im Inneren und im Äußeren. Der Mond verlässt heute vielleicht Ihren Karriere-Sektor, aber er wird Ihnen einen geschärften beruflichen Instinkt und ein gesteigertes emotionales und intuitives Engagement hinterlassen, während Merkur seine letzten sieben Tage hier verbringt. Während seiner letzten Stunden wird sich der Mond günstig mit beiden Planeten in Ihrem Arbeitssektor ausrichten, genau wie bei jedem monatlichen Besuch. In den kommenden Tagen wird Merkur dieses Muster fortsetzen und dabei helfen, die neue Arbeitswoche positiv zu beginnen, während er gleichzeitig eine verbesserte Kommunikation und Beziehungen ermöglicht, die Türen zu vergangenen Möglichkeiten öffnen. In einem Fall von atemberaubendem kosmischem Timing wird Pluto nur wenige Stunden, nachdem Uranus heute in Ihrem Beziehungssektor rückläufig wird, in Ihrem Kommunikationssektor zurücklaufen. Bis Pluto, der Planet der Veränderung und Transformation, zurückkehrt, um sich darauf zu konzentrieren, der Vergangenheit und unausgesprochenen Worten eine Stimme zu geben, öffnet Uranus an der Beziehungsfront die Türen zur Vergangenheit. Täglicher Planetenüberblick In Ihrem Privatleben ist dies eine Zeit, in der Sie die Wärme und Liebe, die Sie umgibt, wirklich aufsaugen können. Egal, ob Sie Zeit mit Freunden, Familie oder diesem besonderen Menschen verbringen, die Energie ist perfekt für bedeutungsvolle, herzerwärmende Interaktionen. Haben Sie schon einmal einen dieser Tage erlebt, an denen alles mühelos zu fließen scheint, an denen Gespräche einfach und voller Lachen sind und Sie sich mit den Menschen um Sie herum verbunden fühlen? Das ist die Stimmung, mit der Sie heute arbeiten. Wenn Sie Single sind, könnte dies eine besonders aufregende Zeit sein, um Ihr Herz offen zu halten. Vielleicht erregen Sie die Aufmerksamkeit von jemandem, der Ihr Herz hörschlagen lässt, und seine Aufmerksamkeit könnte einen willkommenen Funken in Ihr Leben bringen. Stellen Sie sich diesen unerwarteten Moment der Verbindung vor, in dem ein Lächeln oder Einblick von der anderen Seite des Raums Sie elektrisiert. Bleiben Sie heute offen für diese Möglichkeit. Geistig sind Sie so fit wie eh und je. Ihr Verstand brennt und Sie erfassen Situationen mit Klarheit und Präzision. Sie fühlen sich zu Themen hingezogen, die Ihren Intellekt anregen, und Ihre Neugier ist absolut unersättlich. Haben Sie sich schon einmal kopfüber in ein Thema gestürzt, das Sie fesselt, und wollten jede Facette und jedes Detail erkunden, bis Ihre Neugier vollständig gestillt ist? Genau da sind Sie gerade. Ihre Begeisterung für das Lernen und die Erweiterung Ihres Geistes ist so groß wie nie zuvor, also nutzen Sie diesen Moment. Lassen Sie sich inspirieren, egal ob Sie ein neues Buch in die Hand nehmen, ein kreatives Projekt in Angriff nehmen oder tiefgründige Gespräche führen. Veränderungen stehen bevor und sind nichts mehr, das Sie vermeiden oder beiseite schieben können. Sie sind bereit dafür, voller Zuversicht und Enthusiasmus, und diese Energie wird Ihnen helfen, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Betrachten Sie dies als den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in Ihrem Leben. Möglicherweise stehen Sie auch an einem Scheideweg, nachdem Sie die mutige Entscheidung getroffen haben, eine neue Richtung einzuschlagen. Es ist eine aufregende Zeit voller Versprechen und Potenzial, aber es ist in Ordnung, wenn Sie sich ein wenig zögerlich fühlen, wenn Sie sich auf diese neue Reise begeben. Veränderungen können einschüchternd sein, selbst wenn Sie zum Besten sind. Mussten Sie schon einmal eine alte Art, Dinge zu tun, aufgeben, weil Sie tief im Inneren wussten, dass auf der anderen Seite etwas Besseres auf Sie wartete? Heute geht es darum, diese Veränderung anzunehmen. Es geht darum, neue Verbindungen zu knüpfen, neue Türen zu öffnen und voller Zuversicht voranzuschreiten. Obwohl es wichtig ist, Ihre alten Freundschaften und Verbindungen zu ehren und auf Recht zu erhalten, sollten Sie Ihre Energie am besten darauf verwenden, sich auf die Zukunft und die unglaublichen Möglichkeiten zu konzentrieren, die vor Ihnen liegen. Die Entscheidungen, die Sie heute in Ihrer Karriere treffen, könnten langfristige Konsequenzen haben und Sie auf einen neuen und spannenden Weg führen. Dies ist ein potenzieller Wendepunkt in Ihrem Berufsleben, also begrüßen Sie ihn mit offenen Armen. Sie haben die Unterstützung Ihrer Mitarbeiter und Kollegen und indem Sie Ihre Meinungen berücksichtigen, können Sie die Dynamik aufrecht erhalten. Haben Sie jemals die Befriedigung empfunden, zu wissen, dass Ihre Kollegen hinter Ihnen stehen und Sie anfeuern, wenn Sie vorankommen? Das ist die Art von Unterstützung, die Sie heute erwarten können. Alle um Sie herum sind gespannt, wohin diese neue Richtung Sie führt, und Sie sind bereit, zusammenzuarbeiten und zu Ihrem Erfolg beizutragen. Bei Ihrer Arbeit geht es nicht nur um Sie, es geht um den gemeinsamen Erfolg Ihres Teams, und heute wird diese Synergie hell erstrahlen. Wenn es um Finanzen geht, geht es heute vor allem darum, ein Gleichgewicht zu finden. Haben Sie schon einmal die Vor- und Nachteile eines Kaufs sorgfältig abgebogen und dann festgestellt, dass Ihr Instinkt richtig war? Diese Art von finanziellem Know-how nutzen Sie heute. Sie sind von Natur aus klug und vorsichtig und treffen Entscheidungen, die Ihnen auf lange Sicht zugutekommen. Wenn Sie Lust haben, sich etwas Luxus zu gönnen, dann tun Sie es. Denken Sie nur daran, es auf Ihre gewohnt wohlüberlegte und ausgewogene Weise zu tun. Dies ist auch ein guter Zeitpunkt, um Ihre finanziellen Ziele zu bewerten und sicherzustellen, dass Ihre Ausgaben mit Ihrer langfristigen Vision übereinstimmen. Sie sind in einer guten Position, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Ihren Einnahmen und Ausgaben aufrecht zu erhalten, also vertrauen Sie Ihrem Instinkt und genießen Sie die Früchte Ihrer harten Arbeit. Denken Sie im Laufe des Tages daran, all die positiven Dinge und das Potenzial um sich herum anzunehmen. Vertrauen Sie auf sich selbst, vertrauen Sie auf den Prozess und wissen Sie, dass sich alles genau so entwickelt, wie es sollte. Teilen Sie Ihre Gedanken, Träume und Ideen mit den Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind und beobachten Sie, wie das Universum mit Unterstützung, Ermutigung und Chancen reagiert. Ihre Reise hat gerade erst begonnen und es wird eine wunderschöne Reise sein. Also gehen Sie voran, treten Sie in Ihre Kraft, begrüßen Sie die Veränderungen und lassen Sie Ihr Licht leuchten. Sie sind mehr als bereit für alles, was als nächstes kommt.